In diesem Video lernst du, wie du mit dem Astra-Theme deine Website erstellen kannst, und zwar mit der Version 4.0 des Themes. Ich habe in den letzten Jahren schon zwei Tutorials zu dem Astra-Theme gemacht. Jetzt gibt es wieder eine neue Version mit einigen Änderungen und dementsprechend auch ein neues Tutorial. Astra ist ein sogenanntes Freemium-Theme, das heißt, es gibt grundsätzlich eine kostenlose Version, aber dann eben auch eine Pro-Version, die dann nochmal einige zusätzliche Funktionen hinzufügt. In diesem Tutorial zeige ich dir jetzt zuerst, wie du eine komplett fertige Website importieren kannst, bei der du dann im Prinzip nur noch die Inhalte austauschen musst. Da bietet Astra nämlich einige Templates für an. Danach starten wir aber nochmal komplett bei Null und ich zeige dir eben, wie du im Customizer deine Website noch komplett anpassen kannst. Das heißt, wie kannst du Farben und Schriftarten einstellen, wie kann dein Header aussehen, wie kannst du deine Blogartikel gestalten und eben all diese Dinge. Und zum Schluss stelle ich dir dann auch noch die Pro-Funktionen von Astra vor, damit du dann entscheiden kannst, ob du das brauchst oder ob dir die kostenlose Version schon ausreicht. Du findest hier unten in der Zeitleiste und in der Videobeschreibung die Einteilung in die einzelnen Abschritte beziehungsweise Kapitel. Das heißt, wenn du dir nur eine bestimmte Stelle anschauen möchtest, dann kannst du da einfach direkt hinspringen. Ansonsten sind in der Videobeschreibung auch noch alle wichtigen Links, die du so brauchst. Ich bin jetzt hier auf einer meiner Testseiten und hier habe ich jetzt heute ganz frisch WordPress installiert, habe das Astra-Theme installiert und sonst habe ich hier noch gar nichts gemacht. Also keine Inhalte erstellt, keine Menüs angelegt, gar nichts. Wir haben hier einfach wirklich nur diesen Standardbeitrag, der halt in neuen WordPress-Installationen dabei ist. Es gibt die eine Beispielseite und sonst ist aber hier nichts. Denn ich will dir jetzt mal zeigen, wie du quasi von Null, so wie hier, innerhalb kürzester Zeit zu einer Website kommen kannst, die zumindest schon mal nach was aussieht. Sagen wir es mal so. Und zwar mit den Starter-Templates von Astra. Dazu gehen wir mal ins WordPress-Dashboard und dann hier zum Punkt Astra. Hier ist dann nämlich das Astra-Dashboard und hier findest du den Reiter Starter-Templates. Hier klickst du dann auf Install und Activate. Dann wird das nötige Plugin installiert, das dir eben diese ganzen Vorlagen zur Verfügung stellt. Und wenn das Ganze installiert ist und aktiviert, dann landest du hier auf dieser Seite und gehst dann hier auf Build Your Website Now. Hier wählst du dann deinen Page-Bilder. Astra funktioniert super gut mit Elementor und mit dem Beaver-Bilder. Ich würde jetzt aber einfach mal beim Blog-Editor von WordPress selbst bleiben. Du wählst hier einfach aus, womit du arbeiten möchtest. Für die Templates brauchst du jetzt natürlich auch nur die kostenlose Version zum Beispiel von Elementor. Zeige ich dir aber gleich auch noch kurz genauer, schauen wir uns auch an. Jetzt gehen wir erst mal hier in den Blog-Editor. Dann werden dir hier nämlich alle Templates angezeigt, die dir zur Verfügung stehen. Du kannst das Ganze hier oben dann auch noch ein bisschen filtern, je nachdem, was du eben so machen möchtest und suchst dann eben das Template raus, das dir am besten gefällt und das du als Grundlage für deine eigene Website nutzen möchtest. Das sind jetzt hier, wie gesagt, die Vorlagen für den Blog-Editor. Du kannst hier oben auch noch mal den Page-Bilder wechseln. Dann gehen wir zum Beispiel mal zu Elementor. Hier siehst du dann nämlich, hast du einige Vorlagen, bei denen Premium dran steht. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du jetzt die Premium-Version oder die Pro-Version von Elementor brauchst. Das nicht. Aber es steht eben hier unten schon, die Premium-Starter-Templates, die sind beim Essential-Bundle von Astra enthalten. Das sind nämlich Astra und das Plug-in Ultimate-Add-ons für Elementor. Das ist von dem gleichen Herausgebern wie auch das Astra-Theme. Das ist eben so ein Add-on-Plug-in für Elementor. Und mit dem sind dann eben diese Premium-Templates hier gebaut. Also nicht, dass du dich wunderst, wofür du das irgendwie brauchst. Du kannst hier sonst auch einfach mal durchgucken. Also es gibt auch wirklich eine Menge kostenlose Vorlagen hier schon dabei. So, ich gehe wieder zurück zum Blog-Editor und suche mir dann hier auch mal ein Template raus. Nehmen wir zum Beispiel mal den E-Book-Author hier. Klicke ich also drauf. Und bevor das Template importiert wird, kannst du jetzt hier schon mal ein paar Sachen anpassen. Also wenn du schon ein Logo hast, dann kannst du das hier jetzt hochladen. Dann wird es direkt in die Webseite eingefügt. Wenn du noch keins hast, dann überspringst du den Schritt einfach. Du kannst das Logo natürlich auch später noch ändern. Das Gleiche gilt auch für die Farben und Schriften. Du kannst nämlich hier jetzt schon mal so Kombinationen auswählen, die dann direkt importiert werden. Also hier zum Beispiel das irgendwie in so einem gelben Stil oder in so grün. Dann schaust du einfach, was dir am besten gefällt. Ansonsten kannst du auch das, wie gesagt, eben später natürlich alles noch ändern. Dann gehst du auf Continue und im letzten Schritt gibst du hier noch deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein, füllst das alles hier aus und sagst hier dann noch, was du importieren möchtest. Wenn es das komplette Template sein soll, so wie du es gerade in der Vorschau gesehen hast, dann lässt du hier alle Haken gesetzt. Den bei Non-Sensitive Data kannst du natürlich rausnehmen und dann klickst du auf Submit in Build My Website und dann wird das Ganze jetzt hier installiert. Das dauert jetzt kurz, es geht aber eigentlich relativ fix und dann schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Das ist die wundervolle Animation, wenn das Ganze hier installiert ist. 25 Sekunden hat es gedauert, also das ging wirklich relativ fix und jetzt gehen wir mal hier auf View Your Website und schauen uns mal an, wie das jetzt aussieht. Gut, es kommt direkt eine 404-Seite. Das geht auf jeden Fall schon mal gut los. Ah, okay, das liegt einfach daran, dass das Logo hier oben noch nicht mit der Startseite verknüpft ist, beziehungsweise das ist die Startseite, die jetzt hier unter Home eingestellt ist, in WordPress wahrscheinlich noch nicht als Startseite hinterlegt ist. Gut, da muss man auf jeden Fall wissen, aber so sieht es in dem Fall aus. Hier haben wir also die Startseite und du siehst, das ist jetzt hier wirklich einfach eine komplette Webseite und wir haben hier weitere Unterseiten. Das Menü, wie du siehst, ist ja hier auch schon angelegt und dann kannst du das Ganze also noch anpassen. Schauen wir uns einmal kurz an, wie das im Backend aussieht, also im Dashboard selbst. Wir haben hier WP Forms als Plugin für die Kontaktformulare. Da siehst du dann also hier, was da für Einträge kamen. Dann schauen wir mal in die Beiträge rein. Hier wurde jetzt kein Beispielbeitrag angelegt. Dann gehen wir zu den Seiten. Genau, und hier haben wir jetzt natürlich vor allem die Seiten. Das heißt, die Books zum Beispiel oder gehen wir mal auf die Startseite, klicken einfach hier auf Bearbeiten und dann öffnet sich jetzt eben hier die Seite im Blog-Editor und das Ganze kann jetzt hier angepasst werden. Es ist so, dass Astra jetzt hier da mit dem Plugin Spectra arbeitet. Das ist quasi der Page-Builder, der auch vom gleichen Unternehmen kommt wie das Astra-Theme. Den haben sie hier dann natürlich auch verwendet, um eben die ganzen Seiten zu bauen. Das ist auch wirklich ein sehr cooles Plugin. Wenn du also viel mit dem Blog-Editor arbeiten willst, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Ja, und so kannst du jetzt also hingehen, alles bearbeiten, austauschen, hinzufügen, löschen, wie auch immer du es haben möchtest. Du startest aber eben jetzt nicht komplett bei Null, sondern mit diesem Template als Ausgangsbasis, was ja manchmal wirklich sehr hilfreich sein kann. So, und wenn du jetzt merkst, das Template gefällt dir aus welchem Grund auch immer doch nicht, dann ist es leider so, dass du alles manuell löschen musst. Also, wenn wir mal hier reingehen, nochmal ins Dashboard und dann hier zu den Starter-Templates, dann kannst du jetzt hier halt einfach, ja, neues Template aussuchen, aber du kannst jetzt eben nicht sagen, ich will das alte einfach wieder löschen oder so. Das funktioniert halt nicht. Also da gibt es jetzt nicht den einen Knopf, den man drücken kann oder alles ist wieder weg. Der schnellste Weg, alles jetzt wieder zu löschen, ist WordPress einmal komplett zu resetten. Dafür gibt es Plugins. Und mit komplett resetten meine ich wirklich komplett. Also, es wird alles gelöscht, alle Einstellungen werden wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Ich zeige dir das jetzt mal hier bei meiner Beispielseite. Ich sage es aber nochmal, sei damit wirklich vorsichtig, denn damit wird alles gelöscht. WP-Reset heißt das Plugin, was ich dazu verwende auf meinen Beispielseiten. Das ist das hier. Denn ich mache das ja häufiger mal, dass ich in Tutorials irgendwie was installiere oder was auch immer, was ich danach nicht mehr brauche. Und deswegen zeige ich dir einmal kurz, wie das hiermit funktioniert. Du findest das dann unter Werkzeuge und dann hier bei WP-Reset. Und dann kannst du jetzt hier aber eben alles löschen. Also es zeigt dir so ein bisschen an. Du hast natürlich auch eine Pro-Funktion, die brauchst du aber nicht, um eben wirklich einfach alles komplett einmal auf Null zu setzen. Ich würde hier das aktuelle Theme reaktivieren. Das, wenn du eben ein neues Template suchen willst oder so weiter einfach mit Astra arbeiten willst, kannst du das reaktivieren. Die Plugins brauche ich aber jetzt da nicht unbedingt. Und dann gehe ich hier auf Reset oder gebe das ein, gehe dann auf Website Reset. Dann musst du es nochmal bestätigen. Das ist eben wirklich wichtig, denn jetzt wird alles gelöscht. Ja, also ich sage es nochmal, WordPress wird jetzt hier komplett auf den Ursprungszustand zurückgesetzt. Gehe hier auf Reset und dann geht es eigentlich auch relativ fix. Und dann siehst du, ist das Ganze jetzt eben weg. Also du kannst jetzt Astra hier, hier steht wirklich komplett neu, willkommen bei WordPress. Und wenn wir jetzt hier mal auf die Startseite gehen, siehst du, haben wir wieder genau das, was wir auch am Anfang hatten. Und so kannst du dann eben jetzt, ja, von Null auf eben wieder mit Astra anfangen oder du importierst ein neues Template, wie du es haben möchtest. Das mache ich auf jeden Fall immer, wenn ich eben eines der Templates wieder komplett löschen will. Für die Einstellungen, die dir beim Astra-Theme zur Verfügung stehen und wie du damit deine Website anpassen kannst, wechseln wir jetzt mal zu meiner anderen Testseite. Die sieht aktuell so aus. Wir haben hier den Namen der Webseite. Es sind ein paar Seiten veröffentlicht. Die werden gerade hier oben im Header angezeigt. Und dann gibt es noch ein paar Beiträge, die hier auf der Startseite einfach untereinander aufgelistet werden. Ich habe also ein paar Beispielinhalte angelegt, ansonsten aber noch nichts eingestellt, damit wir das alles der Reihe nach durchgehen können. Grundsätzlich ist es beim Astra-Theme so, dass du sämtliche Einstellungen über den Customizer vornimmst. Den erreichst du prinzipiell jederzeit hier oben über die Admin-Leiste. Vom Astra-Dashboard aus allerdings könntest du auch direkt zu der Stelle im Customizer springen, die du gerade brauchst, nämlich hier über diesen Bereich. Das sind so ein paar Quicklinks, die dich direkt zur gewünschten Stelle bringen. Das ist ganz praktisch, wenn du später irgendwann mal was an deinen Buttons ändern willst oder so, dann kannst du einfach hier rüber gehen und kommst dann direkt zur richtigen Stelle. Das machen wir jetzt allerdings nicht, sondern wir gehen einfach wirklich von der Startseite aus in den Customizer und gehen dann jetzt der Reihe nach die einzelnen Optionen durch. Hier im Customizer siehst du ja dann deine Webseite auch jederzeit in der Vorschau und kannst hier links auf der Seite also alle Einstellungen treffen. Los geht's mit dem Bereich Global. Das sind so sehr allgemeine Einstellungen für deine Webseite und wir starten erstmal mit dem generellen Layout. Das findest du hier im Punkt Container. Hier legst du schon mal grob fest, wie die Inhalte auf deiner Seite dargestellt werden. Voreingestellt ist hier dieses Inhalt in Box Layout und du siehst jetzt hier auf der Seite haben wir diesen hellgrauen Hintergrund und der Inhalt selbst ist aber in dieser Box mit dem weißen Hintergrund. Das ist eben genau das hier, Inhalt in Box Layout. Die nächste Option ist volle Breite Inhalt begrenzt. Hier hast du dann einfach weißen Hintergrund und rechts und links noch etwas freien Raum. Die Option volle Breite gestreckt brauchst du vor allem dann, wenn du Astra in Kombination mit dem Page Builder Elementor benutzt. Das stellt es nämlich so ein, dass du wirklich die komplette Breite, also wirklich den gesamten Inhaltsbereich von der Webseite mit Elementor bearbeiten kannst und es da jetzt keinerlei Einstellungen von Astra noch gibt, sodass sich da nichts in die Quere kommt. Für Narrow Width, das ist hier die letzte Option, die sieht hier auf der Startseite dann so aus. Wir können auch mal kurz in einen Beitrag reingehen, damit du auch siehst, wie das aussieht. Dann hast du also wirklich hier eben ja, das Ganze sehr begrenzt und das ist eben gerade für Inhalte finde ich das tatsächlich sehr, sehr praktisch. Du kannst das Ganze hier auch noch ein bisschen anpassen. Also die Breite hier unten zum Beispiel auch auf 850 Stellen. Das ist noch etwas breiter entsprechend. Aber ja, das finde ich eben besonders für Beiträge sehr gut. Wichtig ist aber jetzt hier in diesem Bereich Container, in dem wir uns gerade befinden, zu beachten. Die Einstellung, die du hier festlegst, gilt für deine gesamte Webseite erstmal. Das heißt für alle Seiten und Beiträge. So wie du es eben gerade gesehen hast, das gilt jetzt auch hier für die Startseite, wo du eben die Beiträge aufgelistet hast. Das ist wirklich die Grundeinstellung für alles. Du hast aber auch die Möglichkeit, das sowohl für Seiten als auch für Beiträge noch individuell festzulegen. Dazu kommen wir dann gleich im Laufe des Videos noch. Hier entscheidest du dich jetzt erstmal für das Grundlayout. Mein Favorit ist da jetzt hier Inhalt in Box. Eine Option fehlt uns aber noch. Und damit ich dir die gut zeigen kann, aktivieren wir mal kurz die Sidebar. Hier unter Seitenleiste. Und dann sage ich jetzt hier mal Seitenleiste rechts. Das ist dann hier die Standard-Sidebar. Schauen wir uns natürlich später auch noch an. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zum Layout. Bei Inhalt in Box siehst du nämlich jetzt, dass der Inhalt eben in einer Box ist und die Elemente der Sidebar diesen grauen Hintergrund haben. Bei der Option Box-Layout, wenn ich die mal aktiviere, sind dann aber eben auch die hier in einzelnen Boxen. Das sind die unterschiedlichen Optionen, die du für das allgemeine Layout deiner Webseite hast. Wie gesagt, zu den individuellen Einstellungen für Seiten und Beiträge kommen wir gleich noch. Eine weitere Einstellung für die gesamte Webseite findest du hier. Das ist der Punkt, nach oben scrollen. Das war eigentlich immer eine Pro-Funktion, ist aber mittlerweile in der kostenlosen Version enthalten. Und zwar ist das dieser Button hier unten in der Ecke. Der also erscheint, wenn ich ein bisschen runterscrolle. Und da kann man dann eben draufklicken, um wieder ganz nach oben auf der Seite zu kommen. Den kannst du hier zum einen komplett deaktivieren, wenn du ihn nicht brauchst. Du kannst hier festlegen, auf welchen Geräten der zu sehen sein soll. Desktop und Mobil oder nur eins von beiden. Dann auf welcher Seite angezeigt werden soll. Und die Größe. Das heißt, wir könnten das auch ein bisschen größer anzeigen lassen, je nachdem, wie es dir gefällt. Dann hast du noch den Reiter Design. Und hier findest du jetzt vor allem die Farben. Der Button wird jetzt gerade blau angezeigt, weil das die Farbe ist, die bei Astra standardmäßig als Theme-Farbe eingestellt ist. Zu den Farben kommen wir jetzt gleich als nächstes. Und sobald du jetzt generell die Theme-Farbe änderst, wird dieser Button sich also auch anpassen. Das heißt, diese konkrete Einstellung hier brauchst du eigentlich nur, wenn du da eine andere Farbe haben möchtest. Außerdem kannst du hier noch den Eckenradius festlegen. Kannst den Button also auch zum Beispiel komplett rund anzeigen, wenn das besser zu deinem Design passt. Setze ich mal wieder auf den Standard zurück. Und dann kommen wir jetzt zu den Farben. Die findest du auch hier unter Global. Und im Prinzip hast du dann hier einfach deine Farbpalette, die du mit all deinen Farben einrichtest. Und dann werden die Einstellungen automatisch übernommen. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Hier würde also ich hier bei Farbe 1 jetzt die Hauptfarbe hinterlegen, die ich für meine Testseite hier festgelegt habe. Das ist ein sehr dunkles Blau. Ist fast schon schwarz eigentlich. Aber eben nicht ganz. Genau, das ist hier. Das ist der Farbcode. Das hinterlege ich hier bei Farbe 1. Und dann siehst du, wird das hier direkt bei der Akzentfarbe und auch bei der Linkfarbe übernommen. Der nach oben scrollen Button hat jetzt auch diese Farbe, wie ich gerade schon gesagt habe, der übernimmt das auch. Und es ist eben so, dass du immer, wenn du jetzt bei Farben irgendwo dieses Icon hier siehst, dieses globale Icon, dann weißt du, die sind mit einer Farbe aus dieser globalen Palette hier oben verknüpft. Wenn du jetzt hier draufklickst, siehst du auch, das ist jetzt hier die Farbe 1. Und hier die Links bei Mauszeigerkontakt sind zum Beispiel Farbe 2. Die Farbe ändere ich jetzt hier oben auch mal. Das wäre bei mir zum Beispiel diese hier. Dann haben wir hier bei den Überschriften Farbe 3 hinterlegt. Das geht auch sehr in eine Schwarzrichtung. Beim sonstigen Text haben wir Farbe 4. Und die Ränder, das siehst du zum Beispiel hier in der Abgrenzung zwischen den einzelnen Beiträgen, das ist hier in dem Fall Farbe 7. Du gehst also einfach hin und legst hier oben deine globale Farbpalette fest, deine Haupt- und Akzentfarben, Farben für Text und so weiter. Und dann wird das eben auf deiner Webseite überall so übernommen. Als nächstes kommen wir zu den Schriften deiner Seite. Die sind natürlich auch super wichtig und die Einstellung dafür findest du hier unter Typografie. Astra schlägt dir hier schon so ein paar Kombinationen fest. Da kannst du mal schauen, ob was für dich passt, wenn du selber noch gar keine Schriftarten festgelegt hast. Ansonsten triffst du natürlich hier unten deine eigenen Einstellungen. Und zwar hast du hier die Basisschrift und die Überschriften. Basisschrift ist also im Prinzip erstmal alles, was nicht Überschrift ist. Du klickst hier auf den Stift, um das Ganze zu bearbeiten und wählst dann als erstes die Schriftart. Und dann wird das Ganze jetzt hier auf der ganzen Webseite auch übernommen. Du kannst hier noch den Schriftschnitt festlegen und die Schriftgröße. Können wir mal einen Ticken größer machen vielleicht. Und dann hast du hier den Zeilenabstand und den Buchstabenabstand. Denk dran, dass diese Einstellungen sich jetzt erstmal auf sämtlichen Text auf der Webseite beziehen. Du brauchst hier also gar nicht viel außer Schriftart, Größe und Zeilenabstand meiner Meinung nach. Also das hier würde zum Beispiel festlegen, dass alle Schriften immer groß angezeigt werden. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also das machen wir wieder rückgängig. Das willst du auf keinen Fall. Du wählst einfach die Schriftart, die Größe und auch den Zeilenabstand kannst du noch festlegen, falls du da was dran ändern möchtest. Aber ansonsten ist das erstmal wichtig hier für die Basisschrift. Und du siehst, dass die Überschriften hier jetzt auch erstmal diese Schriftart übernommen haben. Wenn du da aber eine andere verwenden möchtest, dann legst du die eben hier fest bei Schrift für die Überschriften. Da wähle ich jetzt auch mal die Schriftart aus, die ich rausgesucht habe. Das wäre dann in dem Fall diese hier. Die würde ich ein bisschen weniger fett anzeigen wollen. Also nehmen wir hier vielleicht mal 500. Und alle weiteren Einstellungen, was zum Beispiel die Größe angeht, triffst du aber jetzt hier unten für H1 bis H6 jeweils individuell. Gehen wir dazu mal in den Roadtrip-Beitrag hier rein, denn da haben wir zumindest schon mal eine H1, eine H2 und hier unten haben wir auch H3. Genau, die Hauptüberschrift von jedem Beitrag und von jeder Seite ist ja immer die H1 und dafür kannst du jetzt hier also erstmal alles einstellen. Du könntest jetzt hierfür theoretisch auch noch eine eigene Schriftart verwenden, wenn du möchtest. Du kannst dann hier die Schriftgröße festlegen, wie fett soll das angezeigt werden und vielleicht willst du die H1 dann eben immer groß und unterstrichen angezeigt haben oder so. Dann stellst du das hier alles ein oder vielleicht nicht unterstrichen, sondern dafür aber mit einem Buchstabenabstand von 3 oder so. Ja, wie du es eben haben möchtest und so gehst du das jetzt für alle weiteren Überschriftenarten H1 bis H6 eben der Reihe nach durch. In meinem Fall wäre das jetzt hier auf jeden Fall noch eine H2 und die H3. Das sind auf jeden Fall die, die ich persönlich in Blogartikeln auch immer viel verwende und da würde ich zum Beispiel auf jeden Fall mal checken, ob ich die Schriftgröße noch anpassen will. Ansonsten legst du hier bei Typografie noch fest, wie groß der Abstand zwischen den Absätzen sein soll und ob du Links im Inhalt unterstreichen möchtest oder nicht. Wenn nicht, dann werden die eben einfach nur in der Linkfarbe angezeigt und heben sich so trotzdem noch vom restlichen Text ab. Das sind die Einstellungen für Farben und Schriften. Mit der Pro-Version von Astra kannst du dann nochmal ein bisschen detaillierter werden und eigene Einstellungen für bestimmte Module oder Bereiche auf deiner Website treffen. Da kommen wir dann später noch genauer zu, wenn wir uns die Pro-Funktion anschauen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Buttons an und was du da so für Einstellungsmöglichkeiten hast. Die findest du ebenfalls hier unter Global. Beim Suchenfeld hier oben wird zum Beispiel einer angezeigt und auch der hat natürlich jetzt erstmal die Akzentfarbe, die du eingestellt hast, erstmal übernommen. Als erstes kannst du dann jetzt hier grundsätzlich die Form der Buttons festlegen. Also möchtest du die eckig oder abgerundet mit so einem Rand einfach nur oder mit Hintergrundfarbe und dann kannst du natürlich alles noch weiter anpassen. Ich würde sie jetzt erstmal so ganz eckig nehmen und dann als Hintergrundfarbe, aber nicht die Akzentfarbe, sondern hier meine Farbe 2, damit die Buttons etwas mehr hervorstechen. Das ist übrigens bei allen Farbeinstellungen dann so, dass du immer die Farbe hast, die angezeigt wird und als zweites dann die, wo man mit der Maus drüber geht. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mal so eine ganz helle nehmen. Das sähe dann so aus und dann könnten wir die Textfarbe hier ein bisschen dunkler machen und dann hätten wir hier diesen Effekt. Das ist mir allerdings vom Kontrast her jetzt ein bisschen zu stark, deswegen mache ich das mal wieder rückgängig und wähle als Hoverfarbe stattdessen vielleicht mal Farbe 9. Die ist ein bisschen dunkler und dann sieht das so aus. Das gefällt mir schon deutlich besser. Als nächstes kannst du dann hier die Schrift bearbeiten. Die Schriftart wurde jetzt hier übernommen. Das siehst du immer daran, dass sie eben vererbt steht. Aber ich hätte jetzt hier auch gerne das Ganze einfach normal, dass es auch nicht so leicht fett angezeigt wird oder so. Das kann ich jetzt hier einstellen und dann hast du hier noch den Innenabstand und die Randbreite. Also wenn du eine dieser Varianten mit Rand genommen hast, dann passt du die hier noch an und dann natürlich oben auch noch die Randfarbe. Die Buttons sind eigentlich, wie ich finde, relativ selbsterklärend. Also alle Buttons, die du dann zum Beispiel auch in Beiträge oder Seiten einfügst, übernehmen dann erstmal diese Grundeinstellungen, die du hier triffst. Aber du kannst sie dann da natürlich auch nochmal individuell anpassen. Falls ein Button mal ganz anders aussehen soll, das machst du dann direkt im Editor. Das hier sind eben wirklich erstmal die Grundeinstellungen. Und damit haben wir dann jetzt alle wichtigen Einstellungen hier im Bereich Global erstmal durch. Kommen wir also zum nächsten Punkt im Customizer und das ist der Header-Bilder. Damit gestaltest du, wie der Name schon sagt, den Header deiner Webseite und zwar in diesem Konstrukt hier. Da siehst du, welche Elemente wo im Header angezeigt werden und kannst neue hinzufügen. Und hier links kannst du die einzelnen Elemente dann noch bearbeiten und konfigurieren. Standardmäßig sind jetzt hier immer Website, Logo und das primäre Menü drin, denn das ist ja normalerweise das, was so im Header zu finden ist. Und das konfigurieren wir jetzt beides erstmal. Wir starten mit dem Logo. Dazu wählst du das Element hier einfach aus und dann kannst du jetzt hier als erstes dein Logo hochladen. Das hier ist meins. Das kann ich jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten oder so ein bisschen zurechtschneiden. Gehe hier auf Bild zuschneiden und dann wird das hier oben in den Header eingefügt. Zusätzlich zum Titel, wie du siehst. Und wenn du den ausblenden willst, dann machst du das hier. Da deaktivierst du dann einfach alle Geräte und dann kannst du jetzt hier die Breite des Logos noch anpassen, sodass es gut aussieht. Nehme ich mal so 300 Pixel und dann haben wir hier schon mal das Logo eingefügt. Weiter unten findest du jetzt noch den Untertitel der Seite. Bei ganz neuen WordPress-Websites ist das immer ein Standardtext, den du auf jeden Fall ändern solltest. Und dann kannst du eben hier auch noch festlegen, ob der im Header zu sehen sein soll oder nicht. Und ganz unten hast du dann auch noch die Möglichkeit, das gesamte Element Website-Logo und Titel auf einzelnen Gerätegröße auszublenden. Wobei das in dem konkreten Fall jetzt vermutlich irrelevant ist. Du willst ja dein Logo überall anzeigen, aber du kannst es eben wirklich für jedes Element, das du jetzt hier im Header-Bilder hinzufügst, kannst du entscheiden, wo du das anzeigen möchtest und wo eben nicht. Den Reiter Design brauchst du hier übrigens nur, wenn du Titel und Untertitel anzeigst. Da kannst du dann hier nochmal die Farben anpassen. Das ist also schon mal das Logo. Als nächstes kommen wir jetzt zum Element Primäres Menü. Das ist also das, was hier sonst noch im Header gerade angezeigt wird. Und welches Menü hier angezeigt wird, kannst du vorher schon festlegen. Dafür musst du nicht mal in den Customizer gehen. Wenn du nämlich hier im Dashboard bei WordPress unter Design mal bei Menüs reingehst und dann hier dein Hauptmenü angelegt hast, so wie ich das jetzt hier schon gemacht habe, dann kannst du hier unten die Position im Theme festlegen. Und in dem Fall wäre das dann jetzt eben das primäre Menü. Dann hast du jetzt hier im Customizer oder im Header-Bilder eben auch noch die Option Off-Canvas-Menü. Die wird jetzt hier gerade nicht angezeigt. Das ist nämlich das, was auf Mobilgeräten angezeigt wird. Also wenn wir hier mal in die Tablet-Version kurz reingehen, dann siehst du, hast du hier das jetzt das Off-Canvas-Menü. Das bedeutet eben einfach, dass das dann hier aufgeklappt wird. Und hier muss natürlich auch das richtige Menü hinterlegt werden, was jetzt in dem Fall auch das Hauptmenü ist. Deswegen wähle ich hier sowohl primäres Menü als auch auf Canvas. Speichere das Ganze einmal. Und auch im Customizer speichere ich das Ganze, jetzt du klickst auf Veröffentlichen. Und dann laden wir die Seite einmal neu. Und dann siehst du schon, dass jetzt hier oben eben mein Hauptmenü angezeigt wird. Wieder in den Header-Bilder primäres Menü habe ich das jetzt eben zugeordnet. Und dementsprechend wird das hier auch so angezeigt. Ansonsten kannst du jetzt hier auch einfach mal alle Einstellungen durchgehen, wie du das Ganze so haben möchtest. Auch bei Design hast du da noch einige Optionen, um das Menü eben so anzuzeigen, wie du es haben möchtest. Das sind also die beiden Elemente, die jetzt standardmäßig im Header schon mal drin sind. Eins rechts und eins links. Aber du bist natürlich ganz flexibel, wie du deinen Header jetzt gestaltest. Du kannst nämlich die Elemente zum Beispiel auch verschieben. Das heißt, wir könnten das Logo mal hier oben in die Mitte ziehen und das Menü dann hier drunter in die Mitte. Und schon sieht der Header halt ganz anders aus. Dann könnten noch weitere Elemente dazukommen. Dazu klickst du hier einfach auf das Plus und wählst ein Element aus. Zum Beispiel hier jetzt auf der rechten Seite könnten wir noch ein paar Social-Icons nehmen. Das wird dann hier auch direkt angezeigt und du kannst das Element noch weiter konfigurieren. Das könnten wir jetzt aber zum Beispiel auch nach links ziehen, wenn ich es lieber auf der anderen Seite habe. Und dann nehmen wir hier noch die Suche dazu. Wie auch immer du es halt haben willst, also da bist du wirklich sehr flexibel. Und hier gilt übrigens auch, mit der Pro-Version stehen dir noch mal mehr zusätzliche Elemente zur Verfügung, die du dann hier in den Header und auch in den Footer einfügen kannst. Was du natürlich auch bearbeiten kannst, ist diesen Bereich hier an sich. Also zum Beispiel diese mittlere Zeile hier. Dazu klickst du hier auf die Einstellungen. Und dann hast du hier zum Beispiel die Höhe und unter Design so Sachen wie die Hintergrundfarbe und so. Also mit dem Header-Bilder kannst du deinen Header wirklich sehr flexibel gestalten, so wie du ihn haben möchtest. Genau das gleiche Konzept gibt es dann, habe ich gerade schon mal angedeutet, auch noch mal für den Footer-Bilder. Der Footer sieht standardmäßig so aus. Hier ist das Copyright-Element drin, das du natürlich auch anpassen kannst. Da hast du jetzt hier vor allem den Text an sich. Was im Footer natürlich nicht fehlen darf, ist dein Footer-Menü mit Impressum und Datenschutzerklärung. Ich nehme das Copyright-Element hier mal raus, klicke auf das Plus und sage dann hier Footer-Menü. Das habe ich jetzt auch schon zugeordnet. Und hier haben wir dann jetzt eben Impressum und Datenschutzerklärung verlinkt. Ansonsten überlegst du einfach, welche Inhalte du im Footer haben willst und wählst hier dann die entsprechenden Elemente aus. Das Konzept kennst du ja jetzt. Das ist beim Header und beim Footer-Bilder jeweils genau gleich. Als nächstes kommen wir dann jetzt zu den Einstellungen für den Blog. Denn Astra ist ein super Theme, wenn du viele Inhalte für deine Webseite planst und regelmäßig Artikel veröffentlichen möchtest. Schauen wir uns jetzt erstens mal den Bereich Blog-Archiv an. Das sind die Einstellungen zum einen für deine Blog-Seite, wo also alle deine Beiträge angezeigt werden, immer der neueste zuerst. Das ist jetzt hier in dem Fall noch meine Startseite. Und dann gelten die Einstellungen hier aber auch für alle Archiv-Seiten. Das sind zum Beispiel Kategorie-Seiten. Also ja, im Prinzip alles, was eben eine Übersicht mit mehreren Beiträgen hat. Als erstes hast du hier die Option Blog-Title. Und dafür gehen wir jetzt direkt mal auf meine Kategorie-Seite. Zum Beispiel hier zu den Reiserouten. Da siehst du oben diesen Bereich hier, wo der Name der Kategorie steht und die Kategorie Beschreibung. Und mit dem Blog-Title-Regler legst du eben fest, ob du diesen Bereich angezeigt haben möchtest oder nicht. Der wird aber eben nur auf Kategorie-Seiten und sowas angezeigt. Also auf deiner Blog-Seite an sich ist dieser Bereich nicht zu sehen. Dann hast du als nächstes das Container-Layout. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Hier wird jetzt deine Standard-Einstellung übernommen. Du kannst es aber auch individuell anpassen. Genauso wie für das Sidebar-Layout. Auch hier wird der Standard übernommen, den ich ja auf Sidebar rechts eingestellt hatte. Auch das könntest du hier für deine Blog- und Archivseiten aber ändern. Ansonsten ist hier jetzt vor allem noch die Beitragsstruktur interessant. Da legst du nämlich fest, was du hier zu jedem Beitrag anzeigen möchtest und vor allem in welche Reihenfolge. Also wenn ich das Ganze hier mal verschiebe und Titel und Blog-Meter mal nach oben, dann sieht das eben so aus. Dann hast du erst hier den Titel, dann die Meta-Angaben, dann eben erst das Beitragsbild. Und dann kannst du noch festlegen, ob du den Beitragsinhalt, also den gesamten Inhalt anzeigen möchtest oder nur den Textauszug. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nur der Textauszug ist, weil gesamter Inhalt bedeutet eben wirklich, dass dann hier dein gesamter Artikel schon zu lesen ist. Und das ist aber hier eben nur die Übersicht. Und genau, das sind also die Einstellungen, die du hier fürs Archiv hast. Unter Design ist gerade nichts zu sehen. Das sind nämlich alles Pro-Funktionen. Kommen wir dann noch mal zum Einzelbeitrag. Dazu gehen wir mal wieder in den Roadtrip-Beitrag hier rein. Auch hier hast du wieder Container- und Seitenleisten-Layout. Hier würde ich zum Beispiel mal Narrow-Width wählen. Das ist ja schon das, was ich am Anfang meinte. Das finde ich einfach gerade für Beiträge sehr, sehr gut. Dann gibt es automatisch auch keine Seitenleiste. Das mag ich eben bei Blogartikeln gerne, wenn einfach keinerlei Ablenkung drumherum ist. Aber das ist natürlich total Geschmackssache. Außerdem kannst du hier unten noch die verwandten Beiträge aktivieren. Dann werden unterhalb des Beitrags weitere Artikel aus der gleichen Kategorie angezeigt. Da haben wir jetzt allerdings keine, weil in der Kategorie nur ein Artikel veröffentlicht ist. Deswegen wechseln wir hier mal kurz und gehen mal in den Marrakesch-Beitrag rein. Und genau, dann haben wir nämlich hier unten die verwandten Beiträge. Du kannst jetzt da hier den Titel anpassen, die Ausrichtung und wie viele Beiträge du hier anzeigen lassen willst. Dann hast du hier die Beitragsabfrage. Da habe ich gesagt, hier werden Beiträge aus der gleichen Kategorie angezeigt. Du könntest das aber auch auf Schlagwörter ändern, wenn du damit arbeitest. Und ansonsten legst du hier auch wieder fest, was genau dann hier angezeigt werden soll. Ich würde zum Beispiel hier jetzt mal die Metadaten rausnehmen und stattdessen aber den Beitragsauszug rein. Das war auch die falsche Einstellung. Der Titel soll natürlich da bleiben. So, aber hier die Metadaten, die kann ich alle deaktivieren. Und dann habe ich eben das Bild, den Titel des Beitrags und hier den Textauszug, sodass ich also einen guten Eindruck kriege, worum es hier in dem anderen Beitrag geht und kann dann eben hier weiterklicken. So kannst du also den Blog-Bereich deiner Webseite genau einstellen. Du findest jetzt hier auch noch die Option Seite. Hierzu gibt es allerdings wirklich nicht so viel zu sagen, außer dass du hier eben auch noch Container und Sidebar-Layout individuell festlegen kannst, was ich ja vorhin schon meinte. Und hier ist es übrigens standardmäßig so bei Seiten, dass also keine Sidebar angezeigt wird. Zur Sidebar kommen wir jetzt aber mal im Detail. Deswegen gehen wir hier auch mal wieder zurück zur Startseite, wo wir eine Sidebar haben und gehen hier auf Seitenleiste. Hier hast du jetzt erstmal gar nicht so viele Optionen. Hier legst du nur fest, ob überhaupt eine Sidebar zu sehen sein soll, auf welcher Seite und wie breit. Um jetzt aber die Inhalte des Sidebar zu bearbeiten, gehst du hier auf Widgets und dann hier auf Hauptseitenleiste. Hier kannst du die Widgets, die in der Sidebar gerade drin sind, bearbeiten. Das ist jetzt hier quasi der normale Blog-Editor, den du auch für Seiten und Beiträge verwendest. Du kannst es jetzt hier drüber machen oder aber du gehst wieder zurück zum WordPress-Dashboard und unter Design dann zum Punkt Widgets. Finde ich immer ein bisschen einfacher, weil du hier einfach mehr Platz hast. Und hier hast du dann nämlich auch die Hauptseitenleiste und hast hier eben alles nebeneinander angezeigt. Hier kannst du jetzt die einzelnen Widgets bearbeiten und neue hinzufügen. Der Nachteil ist jetzt natürlich, dass dir die direkte Vorschau fehlt, die du hier im Customizer eben hast, wo du das Ganze dann noch eben wirklich auf der Webseite siehst. Schau da aber einfach, wie du es machen möchtest. Du kannst dann jetzt hier beliebig Elemente hinzufügen und die einzelnen Blöcke bearbeiten. Wenn du nicht weißt, wie der Blog-Editor von WordPress funktioniert, dann schau dir gerne mein Tutorial dazu an. Das verlinke ich dir mal hier oben. Den Editor benutzt du, wie gesagt, für Seiten und Beiträge, aber eben auch zum Beispiel für deine Sidebar und für alle anderen Widgets. Als nächstes kommen wir zum Punkt Breadcrumbs. Und hier gibt es jetzt erstmal gar nicht so viel einzustellen. Ich gehe mal wieder in einen Blogartikel rein, damit du genau sehen kannst, was das dann ist. Hier legst du also fest, ob und wenn ja, wo die Breadcrumbs, also quasi der Pfad, auf dem der Leser oder die Leserin sich gerade befindet, angezeigt werden sollen. Du hast die drei Optionen innerhalb des Headers. Das sähe dann so aus, wird also wirklich innerhalb des Headers angezeigt. Nach dem Header. Dann hast du es hier drunter. Oder vor dem Titel. Dann wird es eben hier auf die Seite oder in den Beitrag jetzt in dem Fall direkt eingefügt. Mir persönlich gefällt nach dem Header am besten. Ist aber auch wieder absolut Geschmackssache. Kannst dir das Trennzeichen noch ändern und die Ausrichtung. Außerdem kannst du jetzt hier genau festlegen, auf welchen Seiten und Beiträgen genau denn die Breadcrumbs angezeigt werden sollen. Die sind ja letztendlich dafür da, damit deine LeserInnen sich gut orientieren können und auch zum Beispiel schnell wieder ein paar Ebenen weiter nach oben gehen können. Da musst du dann einfach überlegen, ob und wenn ja, wo das für dich Sinn macht, die anzuzeigen. Also auf der Homepage, das heißt auf der Startseite, würde ich sie zum Beispiel rausnehmen. Genauso wie für die Suche oder die 404-Seite. Wenn, dann finde ich, sollten die Breadcrumbs vor allem auf Seiten und Beiträgen zu sehen sein. Na, jetzt habe ich den Einzelbeitrag rausgenommen. Den nehmen wir wieder rein. So. Genau. Also wenn, dann sollten eben die Breadcrumbs wirklich auf Seiten und Beiträgen zu sehen sein. Vor allem eben wirklich in Beiträgen, damit ich mich hier zum Beispiel ganz einfach wieder an der Ebene höher in die Kategorie klicken kann, um da weiterzulesen. Aber das kannst du natürlich machen, wie du es für sinnvoll hältst. Und unter Design kannst du dann zum Beispiel noch die Farbe und die Schriftart dafür auswählen. Ich würde hier mal eine andere Hintergrundfarbe wählen. Ja, vielleicht so ein Grau. Und dann könnten wir die Schrift noch ein bisschen kleiner machen. Denn das muss ja hier gar nicht so wahnsinnig präsent sein. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu knallig. Na, ich doch mal lieber so. Genau. Dann habe ich also hier unterhalb des Headers in meinen Beiträgen und Seiten diese Breadcrumbs drin. Und als Leserin könnte ich mich dann hier gut durchnavigieren. Das waren jetzt alle Einstellungsmöglichkeiten, die dir im Customizer zur Verfügung stehen. Und du siehst hier im Vorher-Nachher-Vergleich, dass du da wirklich schon einige Möglichkeiten hast und einiges anpassen kannst. Aber dir ist vielleicht auch aufgefallen, dass du da bei einigen Bereichen schon wirklich sehr eingeschränkt bist. Also bei der Blog- beziehungsweise Archivseite zum Beispiel, das heißt bei den Kategorie-Seiten und so, da hast du eben wirklich nur die Möglichkeit, deine Beiträge einfach untereinander aufzulisten. Mehr kannst du da halt nicht einstellen. Und hier kommt jetzt die Pro-Version ins Spiel. Die fügt nämlich nochmal einige zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten hinzu. Und welche das sind, will ich dir jetzt kurz vorstellen, damit du dann nämlich entscheiden kannst, ob du diese Funktionen brauchst oder ob dir eben die kostenlose Version von Astra schon ausreicht. Generell findest du bei Astra alle Pro-Funktionen auch hier im Dashboard, auch wenn du Pro nicht installiert hast. Das heißt, du kannst dir von hier aus auch selber alles nochmal genau anschauen, wenn du hier einfach auf Documentation klickst. Ansonsten ist es so, dass Astra Pro ein Plugin ist, das du installierst und das die extra Funktion quasi hinzufügt. Allerdings auch nur dann, wenn du sie hier aktivierst. Das heißt, wenn du Funktionen nicht brauchst, also ich sag mal, weiß ich nicht, die erweiterten Menü-Funktionen brauche ich nicht, dann lasse ich sie einfach deaktiviert und dann nehmen sie auch keine unnötige Ladezeit in Anspruch. Das ist halt ganz cool. Aber ich aktiviere sie jetzt einfach mal alle und dann schauen wir uns mal an, was sich so im Customizer verändert hat. Dazu gehen wir hier wieder rein und aktualisieren das Ganze einmal kurz und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Zuerst wieder unter Global. Hier bei Typografie kann ich euch schon mal sagen, ist alles gleich geblieben. Das sind nach wie vor die Grundeinstellungen. Unter Farben hast du jetzt hier unten auch die Möglichkeit, jeder Überschrift von H1 bis H6 eine eigene Farbe zu verpassen, statt einfach eine für alle nehmen zu müssen. Dann haben wir den Container. Hier ist jetzt eine komplett neue Option dazugekommen, nämlich das Site-Layout. Da kannst du also noch mal ein paar extra Einstellungen treffen. Außerdem hast du jetzt hier auch den Reiter Design, denn du kannst jetzt hier auch genau die Abstände festlegen, das heißt Margin und Padding. Also ich könnte in meiner Box das Ganze jetzt hier mal auf 25 setzen und dann siehst du, haben wir jetzt hier deutlich weniger Abstand drumherum. Ich muss auch nicht unbedingt Pixel verwenden, sondern habe jetzt hier auch noch andere Optionen und hieran siehst du jetzt schon, dass du mit Astra Pro noch mal wesentlich mehr Kontrolle über das Design und über das Layout deiner Webseite hast. Das nehme ich mal wieder raus. Dann geht es zurück auf die Grundeinstellungen und ansonsten ist aber hier unter Global alles so geblieben, wie es vorher auch war. Im Header und Footer-Bilder, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, stehen dir mehr Elemente zur Verfügung. Also du hast jetzt hier Buttons, du hast noch Trenner und du hast eben vor allem auch noch extra Widgets, die du komplett beliebig gestalten kannst, weil du die Widgets ja im Blog-Editor baust. Vor allem für den Footer finde ich das sehr praktisch. Also der Header ist ja normalerweise schon eher schlicht gehalten mit Logo und Menü, vielleicht noch ein paar Social Icons und eine Suche, aber gerade im Footer, wenn du da viele individuelle Links einfügen willst, so, weiß ich nicht, zu wichtigen Seiten, zu Artikeln, dann kannst du das über die zusätzlichen Widgets im Footer-Bilder eben auch gut machen. Dann kommen wir mal zum Blog und hier hast du jetzt, wie gesagt, nochmal wirklich einige zusätzliche Möglichkeiten. Dazu rufe ich mal eine Kategorie-Seite auf, nämlich die Städte. Die sieht ja so aus, wir haben einfach alle Beiträge eben untereinander aufgelistet und mit Astra Pro kann ich jetzt aber das Layout auch noch anpassen. Dazu nehmen wir zum Beispiel mal die Sidebar raus, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben und dann nehme ich jetzt hier zum Beispiel Layout 3 mit dem Bild links. Dann wird das so angezeigt. Dann könnten wir jetzt hier auch mal eine individuelle Inhaltsbreite festlegen, also zum Beispiel mal nur so auf 1000 Pixel und dann sieht das also schon mal ganz anders aus. Oder wir bleiben hier bei Foto oberhalb des Textes und wählen dann aber hier bei Grid Layout zwei Spalten. Dann werden also immer zwei Beiträge nebeneinander angezeigt. Du kannst dann hier noch so einen Abstand zwischen den einzelnen Beiträgen aktivieren und zum Beispiel auch das Masonry Layout. Dann rücken die Beiträge hier so ein bisschen ein, je nachdem, wie lange sie hier angezeigt werden. Außerdem kannst du den ersten Post, das heißt den neuesten, den du in dieser Kategorie veröffentlicht hast, hervorheben. Das ist in meinem Fall hier der zu Marrakesch. Der wird dann hier groß ganz oben angezeigt und ja sehr prominent eben platziert und danach kommen eben die weiteren Beiträge darunter wieder so ein kleiner. Außerdem kannst du eine Datebox hinzufügen. Das sähe dann so aus, dass also hier genau angezeigt wird, wann der Beitrag veröffentlicht wurde. Wenn das zum Beispiel für dich relevant ist, dass du immer möglichst aktuelle Beiträge hast oder so und du das Datum hier groß zeigen möchtest, dann kannst du das darüber natürlich machen. Dann tausche ich hier mal wieder die Reihenfolge bei der Beitragsstruktur, dass das Bild also ganz oben angezeigt wird und dann können wir hier nämlich mal das Padding um das Featured Image rum rausnehmen und dann geht das hier also über die gesamte Breite von dieser Box und im Reiter Design hast du dann noch weitere Möglichkeiten, zusätzliche Optionen zur Typografie. Du kannst jetzt hier quasi die einzelnen Bestandteile wirklich separat voneinander anpassen, genauso wie das Spacing hier unten. Auch beim Einzelbeitrag kommen noch ein paar weitere Optionen dazu. Gehen wir dazu mal in den Marrakesch-Beitrag rein. Du kannst hier nämlich jetzt zum Beispiel so eine Author-Info hinzufügen. Die wird dann unterhalb des Beitrags angezeigt. Die sieht so aus. Da muss ich aber sagen, das finde ich hier nicht so gut gemacht. Hier kann man nämlich jetzt nichts anpassen. Also du kannst zum Beispiel den Titel hier jetzt nicht irgendwie auf Deutsch ändern oder so. Aber es gibt mit Astra Pro noch eine andere Möglichkeit, wie du so eine Autorenbox zu deinen Beiträgen hinzufügen kannst. Dazu habe ich ein extra Video, das verlinke ich dir mal hier oben. Und zu dieser Funktion an sich kommen wir dann aber auch gleich noch kurz. Außerdem kannst du hier zum Beispiel auch diese Navigation für die Beiträge deaktivieren, dass man sich also nicht zurück- und weiterklicken kann, sondern vielleicht dann nur zu den verwandten Beiträgen, wenn du die eingestellt hast. Und unter Design hast du dann auch wieder die Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen Bestandteile des Artikels. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn wir mal hier zum Bereich Seitenleiste gehen. Hier ist jetzt ebenfalls der Reiter Design dazugekommen und auch hier hast du dann noch mehr deutlich mehr Kontrolle über Farben, Schriften und Abstände. Das waren jetzt so die Änderungen im Customizer, allerdings sind das jetzt noch nicht alle PORO-Funktionen. Mit der Funktion Seitenheader kannst du, wie der Name schon sagt, eben einzelne Header erstellen, aber eben nicht für deine komplette Webseite, das machst du im Header-Bilder, sondern eben wirklich für einzelne spezifische Seiten. Ich blende dich immer ein Beispiel ein, so kann das dann aussehen, dass du eben nicht einfach nur die Überschrift oben stehen hast, sondern das Ganze zum Beispiel mit so einem Hintergrundbild noch unterlegst und darunter dann die Breadcrumbs, also nicht einfach unter dem Header. Auch damit kannst du deine Webseite natürlich nochmal extrem individualisieren. Und dann gibt es noch die Custom-Layouts und das ist eigentlich die Funktion, für die sich Astra Pro fast schon am meisten lohnt, wie ich finde. Damit hast du nämlich dann die Möglichkeit, super flexibel auf der gesamten Webseite, beziehungsweise auch nur an einzelnen Stellen, wo du es eben haben möchtest, so einzelne Bereiche und Inhalte noch hinzuzufügen. Ich zeige dir mal ein paar Beispiele. Das kann, wie gerade schon angesprochen, eine individuelle Autorenbox sein, die unter allen Beiträgen eingefügt wird. Das kann eine solche Leiste sein, wie du sie jetzt hier oberhalb des Headers siehst, wo du zum Beispiel auf deine aktuelle Rabattaktion hinweist und sobald die Aktion vorbei ist, wird es dann auch nicht mehr ausgespielt. Du kannst mit den Custom-Layouts deine Sidebar individuell gestalten, dass also zum Beispiel abhängig von der Kategorie, in der ich mich gerade befinde, unterschiedliche Angebote da angezeigt werden. Das ist zum Beispiel was, was ich bei der Toolkiste viel mache. Das waren jetzt wirklich nur einige Beispiele. Also du hast mit den Custom-Layouts wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten und damit wird deine Webseite dann eben wirklich erst so richtig individuell. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung mal den ausführlichen Guide zu den Custom-Layouts, den ich geschrieben habe. Da kannst du da gerne auch nochmal vorbeischauen. Eine weitere Pro-Funktion ist die Integration zu WooCommerce. Das heißt, mit Astra Pro kannst du dann auch deinen Online-Shop komplett flexibel gestalten. Das ist allerdings wirklich sehr umfangreich. Also da kann ich jetzt hier auch nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Das würde sonst wirklich den Rahmen des Videos komplett sprengen. WooCommerce an sich ist ja auch schon ein sehr umfangreiches Thema. Falls du möchtest, dass ich da irgendwann auch mal Videos zu mache, schreib es gerne in die Kommentare und dann schaue ich mal, was ich daraus machen kann. Das war für dich auf jeden Fall so der Überblick zu den Pro-Funktionen von Astra. Ich hoffe, du hast einen ganz guten Eindruck bekommen, was damit dann so möglich ist und kannst jetzt eben entscheiden, ob du das brauchst oder ob dir die kostenlose Version ausreicht. Und ja, das war das komplette Tutorial, wie du mit Astra deine Website gestalten kannst. Du siehst, du hast hier einige Möglichkeiten und bist wirklich sehr flexibel, vor allem dann natürlich mit der Pro-Version. Du kannst Astra supergut in Kombination mit Elementor als Page-Bilder benutzen. Dazu verlinke ich dir hier oben mal ein Video. Ansonsten gibt es von Brainstorm Force, das ist das Unternehmen, was hinter dem Astra-Theme steht, auch noch das Plug-in Spectra. Das ist ein Page-Bilder für den Gutenberg-Editor. Wie du damit deine Website erstellen kannst, zeige ich dir in einem anderen Tutorial. Das ist ebenfalls hier oben in der Ecke verlinkt und sonst auch unten in der Videobeschreibung. Da ist auch der Link zu Astra Pro, falls du dich dafür entscheidest. Und du findest da auch nochmal einen Link zu einer ausführlichen Review zum Astra-Theme, wo ich dir die ganzen einzelnen Funktionen und Features dann auch nochmal im Detail zeige. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonnier den Kanal auch gerne für weitere Tutorials zu WordPress und anderen Tools. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.